Hallo und herzlich willkommen. Was ist unsere gute Tat für heute? Unser Vorschlag ist, sende eine Weihnachtskarte mit dem Chemnitzer Motiv. Einen Freund, Freundin, Bekannte oder irgendeinen Lieben, der eine lange Zeit nicht mehr von dir gehört hat, vielleicht hast du es da gar nicht heimgeschrieben. Die Motive davon könnt ihr auch aus dem Weihnachtskalender von Lebenswerts Chemnitz entsprechend übernehmen. Das Teil wie, das zeige ich euch jetzt gleich. So, ich habe euch versprochen, noch die entsprechenden Motive im Adventskalender bei Lebenswerts Chemnitz zu finden. Wenn ihr auf die Homepage geht, findet ihr das gleich oben. Klickt das entsprechend an und könnt dann nach unten zu den beiden Kalendern gehen. Links sind die Motive mit den Chemnitzer Weihnachtskarten, rechts die mit den aus aller Welt. Wenn ihr das Bild entsprechend anklickt, bekommt ihr das Motiv einer dieser Postkarten. Ihr könnt es auch entsprechend dann noch vergrößern und mit der rechten Maustaste oder mit dem Abbild, wie es geht, die Grafik speichern. Und dann könnt ihr die Karte, dass ihr komplett freie Lizenz habt, beliebig verwenden. Ihr könnt die als Foto ausdrucken, ihr könnt eine rechte Karte damit machen, ihr könnt das verändern und könnt einen neuen Spruch reinmachen. Also so wie ihr möchtet und dann könnt ihr als Karte weiterverwenden. Probiert es aus und lasst euch überraschen, was für Motive dann noch zur Verfügung stehen. Also vielen Dank und ich würde mich freuen, wenn viele von euch mitmachen und damit ihren Lieben eine Freude bereiten.